Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Wie man sieht, geht es der Julius schon wieder viel besser. Ich konnte sie mittlerweile zu den anderen dazusetzen. Ich habe nur den Käfig rausnehmen müssen, weil sie ja nicht springen soll. Und in Streu sollte sie auch noch nicht gehen. Als ich das Video gedreht habe, waren die Nähte bei ihr noch nicht gezogen. Mittlerweile sind sie da schon. Bis zum Umzug wird das Gehege so bleiben. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich mal Tschüss bis Montag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017